Ihr wollt wissen, ob der Sven mir schon die Freundschaft gekündigt hat? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin Herr Spielkind und damit herzlich willkommen auf meiner Spielwiese. Was haben wir heute vor? Erstmal Bierchen. Ah, ist ja schließlich Samstag. Und da die letzten Spiele ja eher ein bisschen nervig waren, spielen wir heute mal ein Spiel, das vielleicht Sven sogar gefällt und das eher so ein bisschen witzig ist. Und zwar heißt dieses Spiel Bang Bang. Ja, euch auch. Viel Spaß dabei. Hallöchen. Ich hab das leider ein bisschen verkackt. Schon mal angefangen, aber hab vergessen, den Sound anzustellen. Das muss ich für jedes Spiel immer wieder von vorne machen und dieses hier eckert sich ganz besonders. Aber egal. Wir spielen Bang Bang. Offensichtlich. Warum auch immer. Ich weiß jetzt wenigstens, was ich machen muss. Und ich hab schon 60 Münzen. Man startet mit 50. Okay. Start shooting. Ich würd aber sagen, wir fangen nochmal wieder in Level 1 an. Ziel ist es, offensichtlich, die blauen Flaschen zu treffen und sich dabei nicht in den Kopf zu schießen. Und es ist ein bisschen flimsy von der Zielen her. Folie köpfe. Und nochmal. Aber dazu kackt er sich in die Hose. Manchmal sieht man die Prima ein bisschen. Also, man kann sich den Hut vom Kopf schießen. Wenn man solche Aktionen reist. Und man kann sich umbringen, indem man ricochiert. Das war gut. Ja, war gut. Ich picked mich nach, das war sehr, Ja, wunderbar, das müssen wir uns noch machen, das war mein Hup, oh ja. Da kommt der Pime und er steht wie einer 1. Da hab ich wieder gekackt. So kriegt man im Ring die Geld. Ich merke gerade, dass das Level war einfach nur blöd. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. So, die haben wir. Wenn ich mich nicht immer selbst umdringen würde. Hey, höre. Danke. So, hierhin. Der hat mich so richtig hart aus dem Leben gefickt. Oh, Mann. Oh. Ja, warte, ja. Genau so wollte ich das machen. Die haben wir. Oh, komm. Die kriegen oder kommen wir aus? Wunderbar. Oh, Mann ey. Oh. Ist das dein fucking Ernst? Wie soll ich denn das hinkriegen? Hinatsprache? In diese Kappe. Zweitens. Zweitens. Oh, Mann. Oh, Mann. Tatsächlich haben wir eine getroffen. So. da oben hoch. Ich will in diese Ecke. Bitte, bitte, danke. Ich will in diese Ecke. Okay, was geht noch? Okay, ich muss mich erst um den kümmern, weil der ist irgendwie... Holy crap! Wie bist du denn da durchgekommen? Ich verstehe noch nicht so ganz, warum ich mich manchmal komplett ausziehen hier, warum ich manchmal das Licht ausmache? Warum ich manchmal links und manchmal rechts nehme? Ja! Äh, dieses Level des Spiels. Also vom Niveau her bescheuert. Bescheuert. Bescheuert genug, dass es mir gefällt. Der war gut, 80. Der war gut. Der war schlecht. Echt jetzt? Und der Pime immer schön... Bäng, bäng! Oh, Mann! Der Spiel hier endlich... Wie kommt man auf so ne... Bescheuert? Das kann nicht los, geil. Wo hast du diese... ...gefunden? Also ja, bei den Lockett Beals. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, in die Tonne. Ich weiß nicht, ob ich sie weggebracht habe. Und... ...ich ich glaube, das... Ich gebe jetzt... ...das werden wir hier nicht ... ...â... ...dahl! Jetzt. Oh! Ohoho! Uuuuh! Nooho! Wuh! 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 Hahahaha Ja, versuchen wir unsere Zeit noch mal Ein bisschen höher, fangen wir dann... Guck mal, die ist schon mal weg. Echt jetzt? Noch nicht? Echt jetzt? Und treff doch noch mich? Okay. Wie kriege ich das denn jetzt da weg? Also ja, es ist ein bisschen... Problematisch. Guck mal, freihändig! Okay, die beiden da unten sind echt schwierig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Alter, schweig. Was? Erst zwölf Minuten, leck mich eine Tonne! Ähm... So, der war einfach. und er hat noch mehr... Ja, der hat... Was ist das? Äh... Wieso? Er hat es? Wieso? Heißt es? Hans ist das? langsam ja wunderbar okay wir nähern uns ja ich bin ja 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 diese fliege wunderbar ich weiß ich bin gerade ein bisschen langweilig aber langweilig aber ich versuche dass wir ernst irgendwie zu kriegen und ja genau ohne mich ich muss nur diese eine scheiß base dahin das war jetzt fast frei oder und der piemel dreht immer noch ja 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 BANG! Best try! das ding doch bis zum knie faszinierend sooo dann oh god oh god treffer im fuß ok ganz pizzi style treffer im fuß bedeutet so 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 ok den tod kann ich nicht so 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 Ich habe mir die Hose ausgezogen, dann kann ich besser denken. Okay, für den Spruch musste ich bestraft werden. Es ist... alter Schwede! So, wenn ihr auf meinem Kanal davon ein Let's Play sehen wollt... Jetzt bist du auf ein Andere! Oh Mann! Dicht da hin! Dicht da hin! Dicht da hin! Genau! Fort etwas! Oh! Jetzt wird es langsam lustig! Komm! Alter, das macht ja irre, das Spiel! Ja! Nein! Nicht auf den! Auf den da! Genau! Und jetzt! Okay, viel schießen bringt nichts! Ja! 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 Einenй- Ja! immerhin muss ich abgeheißen wie kann man eigentlich Am Weg gegen mir Okay, Tasche Ja! Ach, geschafft! Okay Okay Oh Mann Das ist anstrengend Einversuchieren wir uns noch und dann Haben wir die 20 Minuten auch locker um Das Schöne ist, man kann hier wohl mehrere Charaktere kaufen Wenn man genug Geld hat Die Uschi kostet schon mal 299 Und das ist so verwerflich, wie ich sie ausgedrückt habe, wie ich noch irgendwie konnte Okay, eine haben wir Okay Ich sag mal, das war es für heute Wenn ich euch gefallen hat Ähm Bitte lasst mal Putzt die Glocke Einen Daumen wäre richtig gut, den habe ich mir verdient Ne? Und einen Kommentar Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch für schlimme Spiele kennt Was ich vielleicht auch mal machen könnte Vielleicht machen wir tatsächlich so eine Friday Trash Night Tschüss Wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Junggesellenabschiedsspezial weitergeht Dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke Und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr ein Like oder einen freundlichen Kommentar da lasst Und damit Käffchen Tschüss